In diesem Video zeigen wir den Einbau einer SSD in ein iMac-Modell von 2010. Zunächst legen wir den Rechner auf den Rücken und bringen zwei Glasheber mit Saugnäpfen an. Mit einem leichten Ruck lösen sich die Metallplättchen von den Haltemagneten und die ganze Scheibe lässt sich wegnehmen. Jetzt müssen die 8 Torx-Schrauben des Displays entfernt werden. Die größte Schwierigkeit dabei ist, sie an den starken Magneten vorbeizuzirkeln. Wir benutzen dafür eine Pinzette. Um an die wichtigsten Bauteile zu kommen, muss man keine weiteren Kabel lösen. Man kann das Display zum Beispiel mit einem Bleistift abstützen. Vorsicht beim Netzteil, dessen Kontakte noch unter Strom stehen können. Nun löst man die 4 Torx-Schrauben für den Rahmen des optischen Laufwerks. Um an sie heranzukommen, legt man das Display wieder flach und schiebt es möglichst weit zur Seite. Die Pinzette hilft auch hier, wenn Schrauben herunterfallen. Der Brenner lässt sich jetzt herauslösen. Den Temperatursensor klebt man zunächst zur Seite. Anschließend hebelt man den kombinierten SATA-Stromstecker mit einem Schraubendreher nach hinten aus der Buchse. Der Brenner selbst ist noch einmal in einem Rahmen verschraubt und verklebt. Die Klebfolie wird langsam abgelöst. Die SSD wird zunächst in einen Caddy mit 12,7 mm Bauhöhe gesetzt und eingesteckt. Bei diesem Caddy stört noch eine Frontblende, die nur eingeklinkt ist. Anschließend kommt er in den Rahmen vom iMac und wird festgeschraubt. Die Folie kann man wieder andrücken, damit sich kein Schmutz an den Klebestellen fängt. Beim Einbau fängt man mit dem SATA-Stecker an. Das Kabel für den Temperatursensor ist etwas kurz. Wenn man es anders einfädelt, reicht es aber auch bis zur SSD. Notfalls fixiert man es mit etwas Klebeband. Nun müssen die vier Schrauben für den Rahmen wieder angebracht werden, wozu man das Display, falls nötig, herum bewegt. Wenn das Display eingesetzt ist, werden die acht Schrauben festgezogen. Wegen der starken Magnete sind hier Pinzette und Geduld gefragt. Staub und Fingerabdrücke sollte man jetzt mit einem Mikrofasertuch gründlich entfernen, weil man bald nicht mehr an das Display herankommt. Die Scheibe wird zunächst an der Unterseite des Gehäuses eingefädelt und dann in Richtung der Magnete gekippt. Nun kann man den hochgetunten iMac wieder auf den Fuß stellen.